Du hast Lust zu malen oder zu zeichnen, aber findest nicht so recht den Anfang, die Hürde scheint zu groß. Du möchtest dich ganz einfach mal entspannen, suchst Inspiration für eine größere Arbeit, möchtest etwas über dich selber erfahren und deiner Intuition zu vertrauen lernen. Dann lass uns gleich starten mit dem Zeichnen ohne Verstand. Mindless Drawings. Ich bin Astrid Blome, Künstlerin, Malerin, fasziniert von den Geheimnissen der Intuition und allem, was im Unterbewussten passiert. Ein paar Minuten Entspannung mit Mindless Drawings Zeichnen ohne Verstand. Herzlich Willkommen! Wir zeichnen hier, wie du wahrscheinlich weißt, mit geschlossenen Augen und brauchen dafür ein nicht allzu großes Stück Papier, maximal Dinger 4. Gerne auch etwas dicker von der Qualität her, denn dann hast du die Möglichkeit, auch mit Wasserfarben später noch farbige Akzente zu setzen. Wir brauchen außerdem einen Feinliner oder einen Bleistift. Auf jeden Fall irgendeinen Stift, der deutlich sichtbare Spuren auf dem Papier hinterlässt und sich leicht über das Papier hinweg bewegen lässt. Such dir einen ganz ruhigen Platz, an dem du ungestört zeichnen kannst und setz dich ganz entspannt hin. Die Hände lagern auf deinen Oberschenkeln. Du kannst dir aussuchen, ob du die Handinnenflächen nach oben oder unten wendest. Auf jeden Fall lässt du deine Schultern ganz locker sein, ganz locker hängen. Wir schließen langsam die Augen. Du hast deine Füße ganz plan aufgesetzt. Du spürst den vollen Bodenkontakt. Und zum Ankommen atmen wir dreimal ganz tief ein und aus. Ich sage das jeweils an. Wir nehmen den ersten Atemzug, durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Ein letztes Mal durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Heute möchte ich dich mitnehmen in die Natur, in die bunte Vogelwelt, in die Welt der einheimischen Paradiesvögel. Ja, dafür versuch doch mal deine Ohren zu spitzen. Welche Laute geben diese Vögel von sich? Versuch deine Aufmerksamkeit jetzt erst einmal auf die Ohren zu lenken. Jetzt im Frühling hört man schon vor dem Sonnenaufgang ein wunderbares Vogelkonzert. Das versuch doch mal ganz kurz dir zu vergegenwärtigen, wie besonders das eigentlich ist. Da scheint es sogar eine besondere Reihenfolge zu geben, in der die verschiedenen Vogelarten anfangen, in dieses Konzert einzustimmen. Jetzt stell dir langsam auch die Gestalt der Vögel vor, wenn die Gestalt nicht schon ohnehin vorher vor deinem inneren Auge da war. Nimm jetzt den Stift zur Hand und zwar in deine bevorzugte Hand und wir bringen jetzt einfach mal ein paar von diesen ganz besonderen Vögeln aufs Papier. Ich sprach von einheimischen Paradiesvögeln. Deshalb sind es Fantasiekreaturen, aber zusammengesetzt aus Elementen, die wir von einheimischen Vögeln kennen. Nehmen wir uns eine Taube. Versuch mal den Umriss einer Taube, so gut du diesen Umriss erinnerst, darzustellen und versuch auch besondere Strukturen hervorzuheben. Wie ist die Haltung dieses Vogels? Wir starten jetzt einfach mal. In 15 Sekunden zeichnen wir hier den ersten Vogel. Du kannst übrigens das Blatt so hinlegen, wie du das gerne möchtest, ob quer oder hochformatig, das darfst du dir selber aussuchen. Es geht los. Auch die Größe, die kannst du ganz allein bestimmen. Soll dieser Vogel sehr dominant sein auf dem Blatt oder erstmal nur ganz klein. Es kommen ja noch weitere Vögel dazu. Es ist hier alles richtig. Es gibt also gar nichts falsch zu machen. Es geht einfach nur darum, diese Idee des Vogels aufs Blatt zu bringen. Jeder hat eine Idee von einem Vogel. Das muss überhaupt nicht von den Proportionen her stimmig sein oder irgendwie naturgetreu sein. Man wird immer erkennen können, dass es sich um einen Vogel handelt. Wir kommen jetzt zum Ende von dem ersten Vogel, der bei mir zumindest vielleicht ein taubenartiges Aussehen hat. Ich werde es ja erst später sehen. Und wir nehmen uns den nächsten Vogel vor. Stell dir mal eine Blaumeise vor. Mit Farbe bearbeiten wir das Ganze ja erst hinterher, wenn wir die Augen wieder geöffnet haben. Also nur, wenn du magst. Aber du hast ja sicher eine ungefähre Vorstellung von der Form einer Meise. Lass uns doch auch diesen Vogel zu Papier bringen. Du kannst ja überlegen, aus welcher Perspektive du diesen Vogel siehst. Seitlich oder schräg von vorne, frontal, von hinten. Wie auch immer. Entscheide auch, wo der Vogel im Bild sitzen soll. Welche Größe er haben soll. Es geht los. 15 Sekunden ungefähr. So, der zweite Vogel ist auf dem Blatt. Aber wir haben hier noch längst nicht die volle Bandbreite abgebildet. Also nehmen wir uns noch einen weiteren vor. Und das ist ein Specht. Und zwar sitzt dieser Specht gerade am Baumstamm und versucht ein Loch hinein zu hämmern. Also bietet es sich an, erst einmal den Baumstamm einzuzeichnen. Das machen wir jetzt so in 10 Sekunden. Es geht los. Du kannst ja auch überlegen, ob da noch Äste seitlich abgehen. Oder ob du das bei einem ganz einfachen Baumstamm mit ein bisschen Struktur, Rindenstruktur belässt. Mach es einfach so, wie deine Intuition ist, wie sie jetzt gerade sagt. So, und jetzt fehlt der Vogel, der Specht, der seitlich an diesem Baum sitzt und das Holz mit seinem Schnabel bearbeitet. Ich gebe uns 15 Sekunden wieder und es geht los. Wie unterscheidet sich dieser Vogel von der Form her von all den anderen Vöbeln? Ich finde das gar nicht so einfach. Aber jeder hat ja wahrscheinlich eine ungefähre Vorstellung von so einem Specht. So. Und jetzt fehlt noch ein Vogel und zwar wäre es doch ganz schön, auch einen Vogel zu zeichnen, der gerade fliegt. Auch wenn die anderen Vögel alle am Tag aktiv sind, können wir trotzdem eine Eule einzeichnen. Eine fliegende Eule. Stell dir vor, wie sie die Vögel ausbreitet und einfach irgendwie in das Bild fliegt. Ich werde sie in der Frontalansicht zeichnen. Aber wenn dir eine andere Perspektive lieber ist, kannst du auch das tun. Für diesen letzten Vogel in unserem Bild gebe ich uns auch noch mal 15 Sekunden. Es geht los. Die Eule hat ja noch mal wieder eine ganz andere Gestalt als die anderen Vögel, die wir gezeichnet haben. So. Ich zeichne jetzt noch den zweiten Flügel und du bist vielleicht auch schon so weit. Und jetzt, ja, überlege einfach, was in dem Bild noch fehlt. Vielleicht ist auch für dich alles soweit fertig, stimmig und es ist auch gar kein Platz mehr auf dem Blatt. Ansonsten zeichne einfach das ein, was dir da gerade noch als passend in den Sinn kommt. Ich gebe uns noch noch mal zehn Sekunden. So. Jetzt denke ich, ist wirklich alles da, was dieses Bild der einheimischen Paradiesvögel braucht. Und wir öffnen die Augen. Bei mir ist mal wieder ganz viel überlagert. Es wirkt eher abstrakt. Die Augen sind ganz bunt über das Bild verteilt. Um ein bisschen Ordnung in das Ganze reinzubringen, bearbeite ich das mit Aquarellfarben. Aber du kannst es natürlich auch als ein mehr oder weniger abstraktes Bild eher grafischer Natur stehen lassen. Ja, ich hoffe, du konntest dich mit den einheimischen Vögeln ein bisschen entspannen und konntest ein bisschen Naturverbundenheit spüren. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder zeichnest. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, schau auf meine Website www.astridblume.de. Folge mir auf Instagram, hör in meinen Podcast ein, Kunst musst du nicht verstehen oder schau auf YouTube unter Alles in Farbe. Musik Musik Musik